Rutsch mal ein bisschen. Oh, jetzt tritt er schon auf meine Schuhe. Ja, rutsch mal ein bisschen. Wir sind jetzt live. Wir machen die Vorbereitung auf Seven vs. Wald. Die Frage ist, sind wir für den Wald zugelassen oder nicht? Das ist eine Bewerbung. Das ist eine Vorbereitung. Das ist ein Nerdessen-Anne. Das ist ein Wallys-Oma. Wisst ihr, was wir uns dabei... Wisst ihr, was wir uns dabei gedacht haben? Und zwar, Freunde, heute dachten wir uns, okay, lass uns heute mal hier versuchen, bisschen Reis zu schnuppern im Wald. Wir stuppern uns heute ein bisschen in den Wald rein. Da war eine Polle dran, Junge. Ich hab Pollenallergie. Wir stuppern uns heute ein bisschen in den Wald rein und wenn es euch gefällt und wenn ihr sagt, das ist geil, dann machen wir das gleich noch mal, aber mit Übernachten. Junge, sei mal leise, guck mal mein Outfit. Nerdessen, Anne, Nerdessen. Jawollski, Podolski. Schritt Nummer eins, damit wir überhaupt zugelassen sind für den Wald. Ein riesen Applaus. Ein riesen Applaus. Ein riesen Applaus. Wetter. Chakusal, Alter. Freunde, wir haben uns extra hier in den Wald positioniert, weil wir haben schon einen Stamm, der ist uns aufgefallen. Und da gehen wir jetzt sofort hin. Wir bauen jetzt erstmal ein Zelt, also wie heißt das? Schelter. Ein Schelter. Ein richtig krasses Zelt. Schelter. Wir versuchen jetzt eine Villa zu bauen. High Five. Was für viel? Bob de Baumeister. Bob de Baumeister. Das ist der Baumstamm, Friends. Guck mal, bis wohin der geht. Bis nach oben, bis hier. Guck mal, wie hoch das ist. Ey, Meinti, wir schaffen das. Ziel ist es auf jeden Fall, so einen großen Bereich als eine Hütte zu verwenden. Wir gehen erstmal auf Stöckersuche, komm. Guck mal, lass mich einfach machen. Du hast sowieso keine Ahnung. Was laberst du da, Bruder? Man braucht so einen Stock. Guck mal, Freunde. Man braucht einfach einen Stock, ne? Zum Beispiel. Zeig ich jetzt. Zeig ich dir mal, Junge, ja? Zeig ich dir mal. So. Und das macht man jetzt diagonal über die rechte Linie und dann haben wir alle schön ein Zelt. Und dann liegen wir uns dahin, schön mit ganzen geilen Sachen. Habe ich falsch gemacht? Das ist ein glatter. Ey, wieso richtig? Ey, glaubst du, wir schaffen das, Junge? Erstmal machen wir den Waldtest. Ob hier ein Hund ist. Au. 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 Oh, leckte Drogsau. Was für ein Mundgeruch, Junge, ja? Bruder, passt doch auf, dass wir eine Spinne sind auch hier, Junge, ja? Freunde, seid ehrlich. Glaubt ihr, das wird gleich eine Villa? Was denkt ihr? Meint ihr, wir schaffen das? Weil wenn wir das schaffen, dann sind wir bei Sam Westwise. Ich schwöre, dann pennen wir einen Tag hier, ne? Ich schwöre, man, mit Training sogar hier. Nein, nein! Alter! Jetzt sind wir alle... Chill doch mal, Junge! Ich hab mir weh getan! Wenn nicht mal eine Sekunde, die sind hier, jetzt sind wir alles kaputt gemacht, Alter, ja? Jordan! Warum geht kein... War nicht doch mal! Jordan! Der will nicht abbrechen, ja? Ja, guten Morgen, Alter. Oder? Kann nicht rum? Geh! Jordan, lass doch mal... Oh... Was? Ey, wir haben nicht so viele Stöcke, ne? Dann such doch! Guck mal da hinten, was da alles ist, Alter! Komm, 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 komm! Ich hab nen Stock, Freunde! Jetzt gehen die Bauarbeiten los! Schalalala! Ich schwöre, mit dem Typen irgendwas zu machen, ne? Ich schwöre, der Wald bricht gleich zusammen wegen dir, ja? Doof, Mensch, Alter! Der 20-jährige Jordan ist bei den strengsten Eltern der Welt. Ich brauche ne Zigarette! Wir nehmen das hier! Bah! Komm doch mal her, Junge! Geil, sexy! Sexy Anne wird er sagen! Den will ich hier haben in dem Team von Seven vs. Wild! Pass auf, pass auf! Ja, er sagt gerade noch, wir brauchen nicht nur einen, Bruder! Ja, aber er ist ein großer, du Doof-Kopf! Cornelius hinter der Kamera so... Ah, sorry! Das war nicht extra! Komm mal her! Das ist ein Wald, das möchte ich nicht! In meinem Wald wird hier nicht so viel werden... Da ist die Kurze drin, Konstruktion wie die ist, Alter! Was wollen wir? Bäume! Was wollen wir? Bäume! Was wollen wir? Bäume! Wann die Sommer! Bäume! Wann die Sommer! Bäume! Gib mir mal hier, Zähne putzen! Hä? Ich hab ne Idee... Oh, das ist ne Falle! Das ist ne Tür! Jetzt bin ich auf der anderen Seite! Wie geil-O-Matico ist das denn? Freunde, ein Eis in den Chat, wenn wir heute eine Villa hier bauen, Alter. Das ist der Oschi! Komm mal mit, nimm einen! Ey, ist noch ein Oschi für mich da? Drei Oschis! Ey, ich hab drei Oschis! Drei Oschis hab ich! Aber ich muss pinkeln! Ja, dann geh Pipi machen! Weil die verschließen noch mal! Wir packen die wie Schleifchen hier rein, Friend! Boah, ich stu auf alles, man merkt richtig, dass du aus dem Dorf kommst, Junge! Ich hab richtig Waldvideos angeguckt! Boah, der mag das ja richtig, Bruder, der kämpft richtig! Er will mit Ameisen chillen und so, ja? Guck mal! Diese Dinger packen wir gleich hier hin und dann verdecken die alles! Wir haben ein Baum in der Wand! Dusch mich, dusch mich! Wir haben ein Baum in der Wand, in der Wand! Wir haben ein Baum in der Wand! Boah! Esst ihn, esst ihn, esst ihn! No 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 no! Ich liebe die Wildnis! Wie lebe die? Noch mal noch mal noch mal! Komm! No 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 no! Die Wildnis ist so schön, ich fisse ne Hunde am Baum und ich nehm den Mund. Was soll ich sagen, Juhu, ich hab mit... Ey! Boho! Oh mein Gott! Hast du das gesehen? Jordan! Asse! Ich bin ein Asse! Ich bin ein Asse! Ich bin ein Asse! Jordan! Jordan, ich hab einen Baum! Ich hab einen Baum! Das wollte ich sehen! Genau das ist Samuels Wild! Alter! Ich red weiter, du suchst wieder so'n Ding, ne? Wir machen neue Taktiken, Bruder! Du bist ein DJ Ötzi! Das ist doch mal ein Baum! Gib mir hier! Ah, Juhu! Alter! Ey! Man kann auch Sport machen! Darf ich jetzt mal kurz reden? Es ist Samuels Wild! Die nächsten vier Tage, falls ihr das nicht gehört habt, werden wir immer um 20 Uhr live gehen. Wir haben aber sehr geile Sachen vor. Wir werden jetzt jeden Tag vier bis fünf Stunden live gehen. Bis Dienstag. Und danach fliegen wir in ein anderes Land mit euch. Und danach werden sehr krass Projekte kommen, zum Beispiel wie Wald. Wir werden mit ein paar Influencern eine ganze Nacht im Wald übernachten. Wir werden ein FIFA-Turnier veranstalten. Also jetzt, dank euren Support, haben wir sehr krasse Sachen hinbekommen. Da einen großen Applaus für euch! Aber auch nur einen! Ein! Semi hat neuen Baum! Yeah! Schalalalala! Ey! Um den Stabing World's Wildcats zu bestehen, musst du auch einmal abbeißen. Was denn? Das hier. Du musst einmal abbeißen. Ey! 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 Das wollen wir sehen. Ich schwöre, ich hab abgebissen. Du musst auch beißen, Bruder! ich habe unter geschluckt aber ich sehe nicht was du hast wo das ist ein ganz normal wäre jetzt theoretisch hier alles zu bedeckt und darunter werden wir können schon gerne wenn wir sein gang hier wenn wir 24 stunden hier pennen also hier chillen weißt du was wir machen wir hätten jetzt normalerweise der boden riecht sauber gemacht holz drauf zwei schlafsäcke hier lagerfeuer so ein hühnchen haben und hühnchen weg weil sie wenn ihr wirklich bock drauf habt dann zeigt uns das schon gesagt wo du bäume gut hast und duschen ja komm wir gehen duschen im bach ja hier ist ein bach übrigens friends hier ist doch mein garand place ein strand der moos strand war ich mal das riecht doch kacke und weißt du was wir machen lasst mal versuchen eine brücke bauen und rüber zum wasser kommen ich muss schritt für schritt jetzt musst du auch einmal versuchen einfach als sicherheit ich habe das auch mikrofon und ja okay mikrofon passiert nichts ich habe geschworen bruder ja ich habe das doch auch gemacht wie mann junge ja komm nicht auf meinen rücken ich will dich doch hier festhalten dumme sau halt 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 wir müssen jetzt oder wir sind wir müssen der fritz meinig gedenken wir werden dumm junge chill doch einfach mal kurz ja ich halte fest ich habe aus warte kann ich auf den drauf jetzt 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 hier rüber du schaffst das sami das wäre so krass bitte boah warte noch mal ja du gehst auf den der ist doch nicht fest du hättest das geschafft junge ja fest und du gehst das tief hey geh einfach rüber schnell zieh durch zieh durch john john ich bin immer mehr was ich schwöre ich bin immer mehr im wasser jordan mein fuß ist da drin zieh durch bitte zieh durch ich kann nicht mehr ich kann pausch schmerzen du musst auch wieder zurück ne ich komme hier nicht mehr zurück doch zurück kommst du dann bruder dein füß sind doch eh nass doch du musst durchziehen da bruder deine füße sind eh nass ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr oh mein gott ich hab bauchschmerzen ich hab bauchschmerzen du hast über du hast immer kacki im gesicht ich schwöre ich bin mein zweites zuhause geworden war mal ein handstand du musst von hier in der arschbar machen dann bist du krass ich habe ich habe wir leben deutschland jetzt leben Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Freunde, schreibt mal Eis und Schütteln, wir machen das wieder. Ey Freunde, morgen 20 Uhr sind wir vier bis fünf Stunden live und ich hoffe, da sind wir wieder trocken, weil wir haben kein Handtuch.